Neues Gutachten des Verfassungsschutzes in Thüringen bringt die AfD wirklich in Schwierigkeiten. Es geht um die aggressiv-kämpferische Haltung und was das mit dem Verbot der Partei als Ganzes zu tun hat. Spannende Details in diesem Video und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Welt am Sonntag hat hier ein brisantes Dokument zugespielt bekommen. Es geht um eine Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz aus Thüringen, was gesendet wurde an das Landesinnenministerium in Thüringen, was die kämpferisch-aggressive Grundhaltung der AfD in Thüringen angeht. Und wie ihr wisst, ist das eines der letzten Puzzlesteine, was am Ende fehlt für ein Verbotsverfahren. Es ist wirklich spannend, warum sie jetzt dann hier zwei Monate vor der Landtagswahl damit um die Ecke kommen. Ihr denkt, es geht um die Wahl. Ja, zum einen geht es vielleicht um die Wahl. Zum anderen geht es hier um einen Rechtsstreit. Und zwar, ihr habt euch doch noch daran erinnert, oder ihr erinnert euch bestimmt daran, dass sie versucht haben, allen Mitgliedern in Thüringen die Waffenscheine zu entziehen. Das haben sich natürlich nicht alle gefallen lassen. Und so gibt es hier jemanden, der geklagt hat gegen diese Entscheidung und Recht bekommen hat. Das Gericht hatte damals bemängelt, es fehle an der Einstufung der kämpferisch-aggressiven Grundhaltung aller Parteimitglieder. Das holt man jetzt quasi nach. Allerdings ist es ja in Thüringen inzwischen bezeichnend. Thüringen war Vorreiter, was die AfD angeht. Und zwar schon immer nicht nur, was die Umfragen und Herrn Höcke angeht, sondern auch das andere drumherum. Das erste Landesamt für Verfassungsschutz, was die AfD als Landesverband in einen Prüffall eingestuft hat, war im September 2018 die Behörde in Erfurt. Ebenfalls die Premiere hatte der dortige Verfassungsschutz 2021, als sie die Partei als ersten Ableger als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft haben. Sie haben hier quasi einen kleinen Volkssport initiiert, dass sie immer das erste Verfassungsschutzamt ist, was nach vorne geht. Und jetzt geht es hier um die aggressiv-kämpferische Haltung. Das ist wirklich bemerkenswert. Welt am Sonntag liegt das brisante Dokument vor. Und da gibt es immer wieder das Problem. Ihr seht das bei mir in den Videos. Ich verteidige das Bundesamt für Verfassungsschutz nur in seiner Existenzberechtigung, weil wir islamistischen Terrorismus haben, weil wir diese Spionageabwehr brauchen. Alice Weidel, Tino Chrupalla stellen sich auch öffentlich hin und sagen, sie würden das Bundesamt für Verfassungsschutz ersatzlos abschaffen. Und sie sagen nicht deutlich, wer die Spionageabwehr dann übernehmen soll und die Terrorismusabwehr. Und das ist es, was am Ende den kleinen, aber feinen Unterschied ausmacht. Sie wollen das immer nicht hören, aber sie können nicht den Staat immer nur in den Kakao ziehen. Sondern sie müssen das etwas fundierter machen. Genauso wie man von Frau Faeser halten kann, was man möchte. Aber dennoch gibt es die Befugnisse des Innenministers oder der Innenministerin. Und daran dürfen wir nicht per se rütteln. Auch die Justiz. Es wird dann immer auf eine Zwei-Klassen-Justiz abgestellt. Und da kann man nur sagen, selbst wenn das subjektiv die Wahrnehmung ist, ist es dann die Aufgabe, als Forderung die Änderung der Strafgesetzgebung zu fordern. Und nicht irgendwie die Säuberung der Gerichte und lauter so Sachen. Das braucht überhaupt kein Mensch. Wenn die Richter so eng strukturiert sind, dann in ihren Strafmaßen nicht so groß wie jetzt, dann werden sie auch andere Urteile fällen. Es gibt dann ebenfalls die Behauptung, Deutschland werde von fremden Mächten kontrolliert, die das deutsche Volk zerstören wollen. Und sie propagieren einen gewaltanwendenden Kampf als letztes legitimes Mittel der Befreiung vom Joch. So heißt es, Zitat, in diesem Gutachten des Verfassungsschutzes aus Thüringen. Und weil es eben mal immer wieder darum geht, diese kämpferisch-aggressive Grundhaltung, da geht es vor allem auch um die schärfere Wortwahl. Das nehmen sie nämlich dann her auch in der Begründung, um ein Vereinsverbot zum Beispiel zu begründen. Und das Gutachten wird jetzt neuen Zündstoff bestimmt liefern für die Diskussion um das Verbot der AfD. Gerade vor dem Hintergrund, dass Marco Wanderwitz, ehemaliger Ostbeauftragter im letzten Merkel-Kabinett, auch dafür inzwischen genügend Unterschriften haben möchte, um diesen Antrag in Karlsruhe zu stellen. Interessant ist es dennoch, dass der Inhalt dieses Gutachtens betrifft die Partei, die mit 29 Prozent deutlich stärkste Kraft ist aktuell in den Umfragen in Thüringen. Es geht am Ende um nichts weniger als um das Verbot der gesamten Partei. Das ist es nämlich, was sie vorhaben. Das ist es, was sie am liebsten machen würden, wenn denn ihre geheimdienstlich gesammelten Belege ausreichen. Und da ist es besonders spannend, sie haben dann hier 35 Einzelaussagen zusammengetragen von AfD-Funktionären, die diese kämpferisch-aggressive Haltung in Thüringen belegen sollen. 31 davon sind vom Landeschef Höcke und ich weiß, ich mache mir damit keine Freunde, aber ihr vergesst immer alle eines in der Diskussion, wo sind die V-Leute? Jetzt auch beim Kompaktverbot, ja? Kompakt wird verboten, alle schreien. Keiner stellt die Frage, wer waren die V-Leute für Frau Faeser? Die muss es ja offensichtlich gegeben haben, ja? Ich will jetzt niemanden hier beschuldigen, sonst kriege ich am Ende noch, die haben teure Anwälte, irgendwelche Unterlassungsansprüche. Aber ihr müsst euch doch die Frage stellen. Sie machen das mit geheimdienstlichen Mitteln und dann wollen sie die V-Leute ja nicht offenlegen, ja? Und dann sieht man zum Beispiel bei Kompakt, oh, da waren aber einige Mitarbeiter früher bei der NPD. NPD, war da was? Ah, Geheimdienst, Bundesamt für Verfassungsschutz. Stimmt. Jetzt sind die bei der Kompakt aufgetaucht, was ist da? Ah, Bundesamt für Verfassungsschutz. Hm, Wetten, die arbeiten dann auf einmal nächstes Jahr bei der AfD, bei einem Abgeordneten oder bei der Bundestagsfraktion und dann hat das Bundesamt für Verfassungsschutz einfach den wieder durchgeschleust. Wie gesagt, ich kann es niemandem beweisen, ich möchte es auch niemandem unterstellen, aber ihr müsst euch diese Frage immer stellen. Es gibt sie, die V-Leute des Bundesamtes für Verfassungsschutz, genauso wie sie im Landesverband Thüringen der AfD gibt, gibt es diese mit Sicherheit auch innerhalb der Mitarbeiterschaft, der Kompakt-Magazin GmbH, die jetzt verboten wurde, denn sonst wären sie gar nicht so nah herangekommen, um so viele interne Details zu erfahren. Aber das werden wir am Ende nie erfahren oder erst in 50 Jahren, wenn die Akten wieder aus dem Giftschrank kommen. Denn dass das Thema am Ende vor Gericht wird, kann ich mir kaum vorstellen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat deutlich gemacht bei dem Urteil zur Einstufung der AfD, dass das mit den V-Leuten schon in Ordnung ist, wenn es nicht die Mehrheit betrifft. Das heißt, 50,1 Prozent der Dinge können von normalen Mitgliedern stammen, die anderen 49 Prozent, die füllen wir dann auf mit V-Leuten und dann ist alles immer noch in Ordnung. Es wird wirklich spannend, denn es gibt hier auch noch ein Zitat aus dem Buch von Herrn Höcke, das haben sie natürlich auch wieder herausgekramt. Das kommt öfters, das Zitat. Darin geht es um die Strategie zur Rückeroberung Deutschlands. Dort heißt es, Zitat, wenn alle Stricke reißen, ziehen wir uns in unsere ländlichen Refugien zurück und die neuen Römer, die in den verwahrlosten Städten residieren, können sich an den teutonischen Asterixen und Obelixen die Zähne ausbeißen. Die Retribalisierung wird aber zu einer neuen Keimzelle des Volkes werden, von der eine Rückeroberung ihren Ausgang nimmt. Ha! Also, es wird hier immer Dinge aus der Vergangenheit, Dinge aus der Gegenwart und so weiter, es wird alles immer vermischt und so weiter, aber ihr müsst euch immer die Frage stellen, wo sind die V-Leute vom Verfassungsschutz, die uns hier, also die immer Leute anschmieren, die irgendwelche Dinge irgendwo platzieren, damit man sie dann am Ende im Bericht erwähnen kann. Und das vergessen die Leute in der rechten Szene immer, das Geschrei ist groß, oh nein, sie hat dies und das getan. Ja, und? Habt ihr euch mal die Begründung durchgelesen? Ja, für euch ist das alles immer alles nur Hanebüchen. Wenn man aber weiß, wie Geheimdienste in diesem Land funktionieren, was im ersten NPD-Verbotsverfahren wichtig war, was im zweiten NPD-Verbotsverfahren wichtig war, dann weiß man ganz genau, dass Kompakt jahrelang auf Messers Schneide gelaufen ist und man sie jetzt eben runtergeholt hat mit einem Trick, der legal ist. Nochmal, alle Firmen in diesem Land sind Vereinigungen am Ende, aber andere Diskussion. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze hier? Das Interessanteste ist noch, dass auf Anfrage der Thüringer Verfassungsschutz Welt am Sonntag noch mitgeteilt hat, man sei mit der Prüfung dieser kämpferisch-aggressiven Haltung noch nicht am Ende. Deswegen würden diese Fragestellungen auch im Moment noch intern bewertet. Das heißt, sie trauen sich damit noch nicht nach vorne, sie warten bestimmt bis vier Wochen vor der Wahl. Aber du hast bestimmt eine ganz andere Meinung dazu. Schreib mir die bitte unbedingt unter dieses Video. Oder teilst du meine Meinung mit dieser Gefahr, dass jetzt die letzten Monate der AfD angebrochen sind oder die letzten Jahre. Sie wollen sie wirklich niedermachen, verbieten, anstatt dass sie gute Politik machen, denn dann würde die AfD von ganz alleine an Zuspruch verlieren. Denn würden sie wirklich abschieben, dann hätte die AfD wirklich großes Wählerpotenzial verloren. Oder einfach mal das Bürgergeld für die faulen Leute streichen oder einfach mal den Ukrainern sagen, wenn wir euch schon helfen, hätten wir gerne dafür irgendwelche Gegenleistungen. Die Ukraine, die könnte viele ihrer Ressourcen hergeben, verpfänden, verleihen und so weiter. Aber nein, wir sollen alles verschenken. Wie gesagt, abonniere den Kanal oder deabonniere ihn, wie du das möchtest. Wir sind auf dem besten Weg zu 100.000. Lass einen Kommentar da. Ich habe auch X und Telegram für die unzensierten Bilder. Kannst hier mal reinschauen. Die Links sind unter dem Video und damit bis bald. Ich habe auch X und Telegram für die Einladung.